Ja, mein Lieben, eine Runde mit Truton, also mit Retsch, und zwar mit einem Skin, den ich noch gar nicht gespielt habe, ähm, mit diesen, ähm, hier, diese Winteraugen, oder, diese Eisaugen. Und ja, den Rest vom Ferderskin. So. Ah, ja. Das ist hier. Ähm, Dinge weg. Das ist eine Rufe im Gesicht. Ja, was will sie da machen? Ja, fängt auch schon mal gut an. Meine Kamera spinnt immer noch. Wie so spinnt meine Kamera? Och, Leute, es macht doch keinen Spaß, so hochzunehmen. Bumm. Rebecca, ich bin den Truton. Das ist hart. Hey. Nice. Oh, ich glaube, ich brauche eine neue Help. Wie gesagt, ich habe eigentlich gutes Internet, ich habe jetzt ja gutes WLAN. Ich verstehe nicht, warum. Leon, du wirst auch getotert werden. Ja, ich habe jetzt eine, äh, 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 hufe. Das Gesicht. Äh. Ja, Leute, ich weiß auch nicht, warum. Ich nehme die Runde jetzt so auf. Meeeeeek! Und wie... Ähm, ich kann's erklären. Meek! Komm zum Trudern! Wenn ich natürlich fahre, wenn ich mal nach unten gucke, ich gucke immer auf den OS. Probier's. Und wie dann Dead-Hard, das ist so im Kreuzen. Ey, ich bin echt nicht mehr, ob sie Dead-Hard noch mal nerven. Nichts dahinten. Paschen! Zeit! Ah, der Mutant-Power! Ah! Mh... Meine Brille geht auch schon wieder nicht. Nice! Einladung? Einmal für was? Kaffee trinken? Ich hätte meinen Rest... ...geboten sollen, aber ja... Hey, monatliche Spiele! Cool! Was vereint ich jetzt mit diesem Monat? Geh vor! Allerdings ist es schon wieder... ...meine Kamera hängt! Och Leute... Ja, was soll man machen? Wie das... Das hat ja jeder mal! Auch große Streamer und so, zum Beispiel auch Schocketowern und so Die haben uns ja auch mal, wenn sie... Oder hier, Sephiron... Wenn sie gerade eine Aufnahme machen, oder halt einen Stream machen... Ähm, dann haben sie auch mal eine hängende Kamera Jetzt hatte ich mal eine neue App Ja... Wo ist er? Ja... Ja... Na Leute, ich hoffe es stört euch nicht... Ich versuch's zu fixen... Die Runde klappt aber es klappt viel zu gut... Also ich werde sie trotzdem hochladen... Weil ich will ja auch einen Mori machen... Ja... Ahja... Ich meine, ich hab grad mal einen Sinn... Ahja... Und ja, wie ihr seht... Äh... Äh... Ich hab mir das Codens ähm... Mitgenommen... Ich spiel's gerne auf Risser... Seit dem Buff... Wenn den... Dem Ritter seine Buffs hat... Aber ich wollte es mal auf der Edge probieren... Wird ja gut sein... Und... Brutale Stärke... Einfach um schnell Paletten zu zerstören... Was sehr, sehr wichtig ist... Dass man einfach schnell ne Chase schafft... Und sonst fliegen die dann nicht mehr um die Ohren... Es geht noch... Ahja... Finger weg! Ähm... Das ist nicht der... Oh... Muuuiiii... Lippe Lippe Lippe... Ja... Mh... So... Das Löch ist genauso wie die Augen... Pust... Ja... König ja... Komm rein... Mh... Oh... Da ist jemand... Nö... Ei... Ich bin Rutan... Willkommen zu Zwingst gewesen... Ich muss noch ne Runde aufnehmen mit den neuen... Äh... mit den neuen Skin... Seht ihr hier grad die Waffe? Weil... äh... Nur so ein Spotlight Video macht... Ich hab aber noch bis jetzt noch keine Runde aufgenommen mit den Skin... Äh... Einfach... Die... die waren nicht gut hier... Aber... Die... die... Wie toll... Und... Die... Das... Mochi... Naja... Ähm... Ich kann sie klären... wir wollen nicht begraben wenn ich meine brille hängt muss man hänger stellen ich weiß nicht was ich auf 3 zu spielen so für perk eigentlich müsste ich ja eigentlich müsste ich immer schon die fans machen das problem einfach ist ich mag halt nicht so oft gents treten das hier die rennen immer um das haus hier warum rennen die immer um das haus ja ich komme nie ja rebecca kannst du schaffst du schon mal eine runde schaffst du mir gerade meine reaktion nicht gesehen habt dieses scheiß der tat immer gutes gutes gratis kamera stinke team ist wert ist das 2 ich habe praktisch 10.000 stinke zeigt ja so rebecca schaffst du wirst abgehakt und den nächsten selber suchen ah ja was macht ihr hier in der ecke oh die stemmen müssen wo sie hin ach da komm komm kome weg ähm ich kann es nicht erklären doch ok darfst du wickeln nicht Ja, eine schöne Runde. Ich glaube, ich schicke die Kamera. Mal gucken. Boom, boom, gut gesammeln. Und, yeah. Eure ist so Undertaker-Style. Eine Kamera, dass du jetzt zeigst. Ja, warte, nein. Nette Runde. Gut. Wie gesagt, ich fixe erst mal die Kamera.